Ah cool, bisschen Fleisch. Bisschen Fleisch ist immer gut. Oh nein. Ich gehe einfach auf die Brücke. Oder noch besser, ich gehe einfach hier rüber. Ich glaube aber die Kugel ist schon kaputt. Und der sowieso gerade ausgerollt wäre, ist, wie auch immer. Ich hoffe es kommt aber kein Dach. Ich glaube ich muss niesen. Ach so. Ein Kamel. Gut, gut, also Feuer holen und fast explodieren lassen. Das ist nun die Aufgabe. Eine sehr schwere Aufgabe. Ich glaube ich muss mir gleich mal die Dase putzen. Scheinbar brauchen wir die Fackel immer noch oder? Das war ganz kurz hier. So. Ach ich komme ja nicht hin. Es frisst und frisst und frisst. Wir kommen auch nicht dahinter. Wir können mal speichern. Das ist gut. Guss. Gespeichert. Gericht hat so ein bisschen äh. Es ist nicht. Atmosphärisch. ja haugen doch hier alles rechte rechte mehr brauchen wir erst mal nicht sind voll hier ist ein gitter und ein fass und eine seilbahn ich will mal lift sage ich weiß wieso zeigt auch von oben man ob ich zu piksen man das habe ich hier getan wo sie jetzt hin ich muss ich hin nein warum nicht ich weiß nicht wo ich hin muss bei mir noch mal ruhe und nase putzen also das war jetzt irgendwie lustig also ich wissen wo ich jetzt toll dass man vor allem nicht drauf springen kann das ist ein bisschen blut also weiß doch nicht ob der aufzug wieder runter geht oder ob der oben bleibt hat dass diese kamera einmal das tut was sie sollen doch alle wandern mann ich müssen hierhin toll was soll ich das wissen die sind lustig machen da so was hin und dann wenn ich jetzt vorstellen weil hat mir wohl keinen schaden gemacht hoffe ich schieben kein problem oberex ist stark genug hier ist ja nur der aufzug und sonst ist es nichts mehr also weiter ach weiter vorne musst du eine ausfahrbare brücke überqueren diese brücke bleibt dir so lange verschlossen wie sich noch römer in der gegend herumtreiben jetzt liegt es an der schlag ruhig kräftig zu das machen wir doch schon die ganze zeit also ja stelle ich am besten alle direkt darauf direkt auf die falltür aber es hatte wie sie wehgetan bis wir jetzt hier drauf gehen dass die das machen ich wusste es man muss aber er stellt sich auch absichtlich weg direkt geht alle weg hier schütze aber wir müssen sie aufpassen wenn ich versehen durch er stellt sich immer wieder drauf natürlich absichtlich nicht versehen durch so bei den dicken hier muss man sich vorsichtig sein weil wir haben ganz schön doof ja wo seid ihr denn alle da sind vickiger oder sowas wo sind die denn jetzt alle zeichst euch oder 10 die warte mal kamera so der boss wäre weg der bosse die zählen scheinbar auch als römer gesagt soviel wie viele römer sich halten auch in den weg stellen wo ich dachte das wären auch keine ahnung das ist natürlich das ding am schalt eingesammelt hat macht wie sind da hinten sind aus welche kisten die hole ich mal eben weil ich weiß nicht wie lange wir obelix behalten werden können dürfen sollen müssen dort hat 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 dass ihnen hier vorsicht hier ist noch wie sie also ich will das haben muss hier noch irgendwas ja natürlich ein paar hilfchen natürlich was ist hier ist gar nix ich glaube da haben wir schon geholt was auch immer zu holen war kommt nur her jetzt kommt mal ein bisschen mehr so per hier müssen alle direkt hier aufstellen das wäre super bitte alle in einer reihe aufstellen sie werden dann nacheinander verbrügelt wird man mag dich nicht noch drei stück eine was ist da jetzt die brücke warum kann ich hier dieses teil da oben sehr nüchtern macht ja gar nichts was haben die meistern geld und gold und alles was du hast kriegen wir wohl nicht ich weiß nicht wie das ausgelöst wird aber wir ging es nicht vielleicht haben wir es auch schon gekriegt weiß ich nicht herzlichen glückwunsch was du nicht sagst was du nicht sagst ich glaube ich hoffe wir haben nichts ver- warte mal leuchtet so das sind diese punkte von dem aufzug und die händen wir sind nichts mehr da waren wir da schon und das kann man ja nicht sehr hauen sehr schade sehr sehr schade dass man die vase nicht zerstören kann oder das hast ähnliche gebilde was sind das denn für flugserie wollte ich doch gar nicht dafür kommt man wieder hoch ist kein problem wir sind noch ein paar christens macht so farren du weißt das nicht eine tolle insel hier ein baum und ein kleiner teich war das denn das denn wir schwimmen einfach mal hin so geht gar nicht das geht nicht wahrscheinlich werden wir jetzt hierhin katapultiert also lass uns das doch einmal tun und tschüss Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich wusste es immer diese helme unter wasser ist da irgendwas man kann ist noch und leider müssen wir zum boot ach das würde ich fast übersehen und durch zufall gerade entdeckt jetzt sind ihr schon wieder so deppen ja komm aber noch platt ich weiß nicht was was tschüss ich hau einfach ab tschüss hat sie wie keine so gute idee das auf der anderen seite ja komm lass das abhauen ich sag doch erstaunlos es ist nicht so optimal bei dieser nebel immer er ist gemein aber macht trotzdem weiter das ist blöd ich will nicht muss versuchen immer zu springen irgendwie egal wie immer einfach springen aber zum beispiel hier musst du nicht springen wenn du auf die seite willst habe ich es nicht gekriegt alter die steuerung ist auch so beknackt gemacht es tut mir leid das sagen zu müssen aber es ist so ich sage nur dass alle denken ich habe kein einziges mit dir aber nicht dass du gar nicht hin muss das wiederhole ich nicht kann man so hinschwimmen und sich das holen man kann nicht das ist gemein nee das wiederhole ich jetzt auch nicht naja ist mir zu doof so ist es da müssen wir jetzt überhaupt hin ich dachte hier oben ging es irgendwie runter oder so ich höre mit dem boot zurück oder hiermit also nicht zurück sondern weiter und zack juristen direkt römer 43 durch der kloppe sie wieder war der controller funktioniert vibriert einmal alle paar stunden wird jetzt gerne etwas leben was es aber wohl nicht gibt gibt mir etwas leben wir leben aber es gibt kein leben aber ich brauche leben wenn man überhaupt da hochkommen was ist das hier überhaupt ich brauche leben ich sterbe doch jetzt ich habe auch speichern wir speichern einfach wir speichern einfach also ich werde jetzt das zeitliche segnen müssen ich denke an dieser komischen fahne fest oder auch nicht gut die wildscheine brauchst du jetzt nicht kaputt zu haben wäre das sein dass du das sein lassen dass du mir nicht zu lebat so weg mit dir das würde ich ja nun nehmen mein eines schilder wird verloren danke blöd arsch blöd 17 so ein bisschen steht schon der nächste erwarten sie schon dass sie verprügelt werden können aber nur drei kommen wäre auch sonst zu einfach alle gleichzeitig sagt sagt so Bis zum nächsten Mal.